Auch daran merkt man, dass wir ziehen wieder ein und bringen jede Menge Gepäck mit. Manege frei auch für Kika Live Schloss Einstein Backstage zur Staffel 23. Ihr habt schon alle drauf gewartet und wollt bestimmt wissen, wie es weitergeht, oder? Ich sag mal so viel, es wird sehr turbulent. Es gibt nämlich neue Rollen, außerdem unerwartete Verwicklungen und, sagen wir so, Verknüpfungen. Heute ist Drehtag Nummer 10 und heute sind ganz viele neue Darsteller da, von denen ich einige selbst noch gar nicht kenne. Und das hier wird der Schauplatz sein, einer riesengroßen bunten Szene. Es geht um Zirkus, mehr weiß ich selbst auch noch nicht. Also, ich bin gespannt. So schnell kann es gehen, in der letzten Staffel noch komplett neu und jetzt bist du schon einer der alten Hasen. Hast du die neuen schon kennengelernt? Ja, also es sind alle mega lieb und wir haben uns eigentlich alle mega gut verstanden. Ich bin schon voll gespannt auf die Staffel dieses Jahr. Kannst du schon ein bisschen was verraten über die neue Staffel? Ähm, also da hängt ziemlich viel mit den neuen zusammen, deswegen, die könnt ihr bestimmt mehr erzählen. Ich weiß es nur über mich so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da... Die neuen suche ich noch. Ja, genau. Was passiert mit deiner Rolle? Ja, also Carolin hat ja letzte Staffel aufgehört mit dem Tanzen. Oh. Weil sie nicht aufgenommen wurde auf der Ballettschule. Ja. Und dieses Jahr sucht sie wieder irgendwas, was ihr Spaß macht oder versucht irgendwie zum Tanz zurückzufinden, aber es ist nicht so ganz einfach für sie und deswegen wird es spannend. Und weil du ja schon ein bisschen länger dabei bist, kannst du bestimmt zeigen, wie man gut posen kann. Ich mache mich tatsächlich ein kleines Fotobuch für Zuschauer. Eine Pose bitte. Warte, 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 warte. Sehr gut. Drei, zwei, eins. Du machst es so. Sehr gut. Du hast es gewonnen. Vergiss es. Paolo sein. Es gibt drei neue Mädels, die auch Schwestern spielen in der neuen Staffel. Und jetzt suche ich überall, wo drei zusammenhängende Mädels stehen. Also Arnold, Bollerwagen, ihr beide, die beiden, der Rest der Komparsen. Läuft. Okay, gut. Wir sind bereit. Prost, bitte. Ich muss sie gar nicht suchen. Die kommen alle zu mir. Du gehst eigentlich die ganze Zeit auf den Rasen am Anfang und erst wenn die Kamera an dir vorbeikommt, trittst du rein. Hallo, Carlotta. Herzlich willkommen. Ich habe mich noch nicht gesehen. Hallo. Was in der Serie immer so chillig aussieht, ne? Ja, die laufen jetzt alle zum Internat, wird alles genau geprobt. Hier wird jetzt gerade abgepudert. Der Regisseur sagt, wie sie laufen sollen, wie sie den Koffer schieben sollen. Das ist alles Arbeit, damit es perfekt ist. Und das hier sind die Neuen. Hallo, ihr Lieben. Stellt euch noch mal kurz vor, wer bist du und wen spielst du? Ich bin Carla und ich spiele die Flora. Und du? Ich bin Amelie und spiele die Finja. Ich bin Linda und spiele Leni. Leni? Ja. Leni, Finja, Flora in der Rolle. Genau. Und echt? Carla? Linda? Linda? Amelie. Amelie, ich verspreche euch, beim nächsten Mal weiß ich es. Okay, erzähl mir ein bisschen was. Wie genau ist deine Rolle? Erzähl mal. Also meine Rolle möchte eigentlich gar nicht ans Einstein. Die ist sehr, ja, die möchte eigentlich im Zirkus bleiben und möchte auf gar keinen Fall hier hin. Und dann probiert sie alles, um hier wegzukommen. Oh, wichtige Information. Ihr kommt alle vom Zirkus. Genau. In der Folge. Aha. Wer bist du? Also ich bin die Finja. Ja. Und ich bin halt eher ein bisschen eingeschüchtert. Aha. Wegen vor allem meiner ganz großen Schwester. Und kann mich halt noch nicht ganz entscheiden, ob ich auf dem Einstein bleiben möchte oder lieber zurück zum Zirkus möchte. Wie ist deine Rolle? Ja, also Leni ist eigentlich total sympathisch. Ihr Gefehl ist hier total auf dem Einstein. Mhm. Und das finden ihre Geschwister nicht so gut. Aber sie versucht sich halt nicht zu viel anmerken zu lassen. Ah, okay. Aber ob das funktioniert, das weiß man nicht. Und dann kommt es zu einem kleinen Zwist unter Geschwistern oder was? Genau. Eieieiei, es wird ja eine mega spannende Geschichte. Das kennt ihr alle, die alle die Geschwister haben von euch. Was haben eure Rollen denn für Zirkus-Talente? Seid ihr die drei schwingenden Seiltänzer oder nicht? Nein. Nein. Äh, ich mach Akrobatik. Also Flora macht Akrobatik und ich kann das eigentlich gar nicht. Und deswegen hab ich jetzt Akrobatik-Unricht noch bekommen. Das finde ich ja mega krass. Ja, es macht auch echt Spaß, aber ist auch echt anstrengend. Das ist jetzt schon mein Lieblingsfoto. Was macht euch denn bisher am meisten Spaß bei Schluseinstein? Ähm, das Essen ist so lecker. Ich finde das Essen total lecker. Das stimmt. Das ist ja witzig. Ja, die Leute, das Essen und an sich einfach so diese Atmosphäre. Die Atmosphäre ist total schön. Das ist total schön. Ja, und es ist auch extrem lustig immer. Und wenn er kommt, heißt das immer, ich muss ganz schnell aufhören. Okay. Können wir ein Foto machen mit euch? Alles klar. Tschüss, danke schön. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Dir gehört das Outfit. Das hab ich für ein Dahem gesehen. Ja. Kannst du mal eine coole Siegerpose machen für mich? Mega. Ich meine, einmal so. Jetzt. Stark. Steht die gut. Bin gespannt. Können wir hier eine Marke für Noelle machen, oder? Von dem Ding eigentlich. Auf den Millimeter. Absolut. Elisa, bitte ein bisschen dichter an die Ridolin ran. Und Achtung. Und bitte. Und Action. Die Crew macht sich gerade hier drehfertig. Und dann heißt es gleich wieder Ruhe, bitte. Das heißt für mich, ich kann keine Interviews machen. Aber ich werde ganz viele Backstage-Fotos machen. Und die zusammenpacken in ein Kika-Live-Fotoalbum von Schloss Einstein Backstage. Das werden wir auch verlosen auf Kika-Live. Limitierte Auflage natürlich. Ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Ich brauche noch einige Fotos. Das dauert noch ein bisschen. Da chillen sie. Kurz vor der Szene. Hallo. Hi. So lange, bis ich weggescheucht werde, sage ich nur kurz Hallo. Kenn ich, kenn ich, kenn ich, kenn ich, kenn ich nicht. Hi. Ganz kurz. Wer bist du? Wen spielst du? Ich bin Arnold Markozy und ich spiele den Badu Berry. Und du bist ganz schön groß. Ja. Wie groß bist du? 1,83. Oh krass. Wie ist deine Rolle? Meine Rolle ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja das Komische, weil neu ist nicht neu am Einstein. Ich bin ja die ganze Zeit schon am Einstein und wie soll ich sagen, ich bin bloß nicht in der Kamera gewesen. Ach so. Der Chef kommt, der Chef kommt. Und ich komme später wieder. Also sorry. Ich brauche euch mal kurz. Ihr kommt jetzt an. Wir machen weiter. Wir haben da aufgehört, wo ihr aufgehört habt. Ihr seid losgelaufen. Ich nutze sie jede Sekunde. Und jetzt kommt ihr vorne wieder rein und trefft auf den Schiff. Wollen wir mal noch schnell? Wollen wir mal mit? Ja. Ja. Hier sind die Zeitung auf der Zeitung. Ja, ich bin ein bisschen. Oder aus Bitte kommt ihr noch die letzten drei Schritte herangetreten. Klappe, Uhr bitte. Bitte, Zeitung, bitte. Es ist soweit, Leute. Der erste Auftritt der drei Schwestern kommt jetzt. Viel Glück, Leute. Abklatschen, abklatschen, abklatschen. Check, check, check. Ihr schafft das, ich schafft das, ich schafft das. Das ist die Folge 949, das heißt die erste Folge in der neuen Staffel und da haben die Mädels sie auftritt. Das haben sie gut gemacht. Ich habe hier das gesamte Style-Paket von Schloss Einstein. Ihr seid schon in euren Drehoutfits, ne? Ja. Oh, ihr könnt auch gleichzeitig reden. Ja? Das war ganz super. So, wir führen unser Interview weiter. Du hast noch mal ganz kurz Pause. Erzähl mal kurz ein bisschen was über... Oh, ich bin zu laut. Wir müssen ein bisschen leiser reden. Aber wo haben wir aufgehört? Wir haben dabei aufgehört, als du gefragt hast, wie meine Rolle ist. Ja, wie ist deine Rolle? Also, ich bin ja der Badu Barry und der ist, wie soll ich sagen, ein... From the States. Der ist der beste Freund von Fridolin und... Ah. Ja, der ist halt ein Sunnyboy, ne? Ist er? Der ist halt ein Sunnyboy. Könnt ihr das bestätigen? Ja. Staffel 23, worauf freust du dich am meisten? Wie wird's? Ich freue mich am meisten, weil mal so frücher Wind reinkommt mit den Zirkuskindern, weil es dadurch auch wieder bunter wird. Letzte Staffel war ja eher wegen den Sportlern, dann so grau. Ja. Und jetzt ist es wieder so bunt und verrückt und das wird, denke ich, ganz cool. Oh, gut. Sehr gespannt. Und du? Ich freue mich allgemein auf die Monsterwiese. Also, es ist viel Neues dabei und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe den Zuschauern ein Fotobuch versprochen mit Darstellern, mit paar Backstage-Bildern. Anna, Charlotte, Josie, Paloma und Noelle. Einmal zu uns, bitte. Wer muss gehen? Oh, shit, schade. Okay, dann habe ich mich sehr gefreut. Bis bald. Immer schnell, gleich schön. Genau. Gleich machen der Fußspieb weg. Mach schnell die Siegerpose. Schnell, schnell, schnell. Okay, und lauf. Lauf, lauf. Tschüss, danke. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Ha, herrlich. Habe ich mein Foto noch bekommen? So geht es manchmal. Da müssen Sie ganz schnell weg zum Bild. Ihr habt jetzt schon mal einen kleinen Einblick bekommen auf die neuen Folgen der Staffel 23. Ich müsst hier leider noch ein bisschen warten, um genau zu sein. Bis nächstes Jahr. Aber es gibt noch mehr Schloss Einstein Backstage hier bei uns bei Kika Live. Also seid gespannt. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Die sind richtig gut geworden, die Fotos. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020